Na toll, na super. Jetzt hab ich nicht mehr... Ich hoffe... Und ich hoffe, wir holen gehen. Äh... 102 Ey! So... Schaufel? Ach, ich mach mir ne Eisenschaufel. Interessiert eh niemanden. Ich habe keine... Oah! Was ist denn heute los? Ich hab keine Sticks mehr. Jetzt muss ich mal Sticks machen. So, so, so. Eisenschaufel, Eisenschaufel, Eisenschaufel. Wunderbar! Renn, 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 R Ich hab übrigens letztens den Film Tekken gesehen, der halt wirklich auf diesem Spiel basiert, äh, Tekken. Und, äh, naja, er soll zumindest basieren. So grundlegende Züge hat er zwar wie das Iron Fist Tournament und diverse Charaktere im Spiel wie Nina und Anna und Eddie, aber die haben auch so viel dahin getrickst, es gibt auch so viele Leute, die einfach nicht dabei sind, wie zum Beispiel King, King, der muss da einfach rein. Das funktioniert einfach nicht, wenn die nicht die beliebtesten Charaktere von ganzen Spielen mit reinnehmen. Aber das wird knapp, ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr fahren. Ah, so Mist. Und weil ich ja auch noch das Kuhgehege machen will, brauche ich ja noch viel, 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 viel mehr Erde. Aber dafür gehe ich ein Stück weiter weg, denke ich. Oh, hier fehlt was. Das nehme ich mal mit. So, besser. Jo, hier, ne? So, hier kann ich mal ein bisschen was wegfarmen. Und ich finde, der Film ging auch viel zu schnell zu Ende. Also, die haben sich dreimal in der Rinn aufs Maul gehauen. Dann haben sie sich ein bisschen inoffiziell aufs Maul gehauen. Und dann war wieder gut. Also, das war irgendwie ein bisschen langweilig. Da habe ich jetzt mir mehr von versprochen. Wobei, im... Im Film kam ja quasi... Die Aussage, dass es noch einen Teil geben soll. Aber ich habe auch keinen Teil bis jetzt gefunden oder gesehen. Oder gehört, dass es in den nächsten Teil gibt. Also, hoffe ich, dass da noch einer kommt. Obwohl ich ja generell nicht so der Filmtyp bin, ne? Aber sowas musste ich mir jetzt mal angucken. Das war auch spätabends und überlangweilig. Da dachte ich mir, schälst du mal rein. So, die Erde ist weg. Das nehme ich damit. Sieht fast gut aus. Was willst du hier? Kriegst du damit eine Schaufel? Oh, das wollte ich nicht. Noch ein Ei. Oh, was ist das denn hier? Das ist ja interessant. Hm, nichts ist wirklich besonderes. Doch, die Erde finde ich jetzt ein bisschen cool oder so. Aber hier ist ein bisschen Kies, was ich noch mitnehmen kann. Wo ich schon mal da bin. Wobei, meine Schaufel auch gleich schon wieder alles. Bzw. kaputt ist natürlich auch wieder kacke. Ja, so wie jetzt. Oh, dann baue ich hier mal was ins Wasser. Dann fließt da ein bisschen Wasser rein. Alles cool. Oh, dann laufe ich wieder zurück. Bauen wir eine neue Schaufel. Kommt noch ein bisschen Eier auf dem Weg ein. So, ich glaube da wächst nur Gras, wenn ich da jetzt mit Knochenmehl ein bisschen was präpariere, oder? Ich check das direkt mal. Nehme ich ja ein bisschen gleich mal ein Knochen mit oder so. Da kommt direkt erst mal das, das und das rein und das auch. Lala, lala, lala. Haben wir doch irgendwo Knochen ja hier. Ach, egal. Ein paar. So, das ist das. Jetzt brauche ich noch... Ah, ich nehme gleich zwei Schaufeln, was soll's. Jetzt muss ich natürlich, dass ich wieder Sticks mache. So, so, so. Oh, jetzt ist alles gut. So, jetzt können wir. Mal gucken, wie das aussieht. Mann. Danke. So, Knochenmehl, zack. Hey, mach mal was. Mach mal was. Brauchen wir etwa Wasser? Was, will da jetzt echt noch Wasser irgendwie hinmachen? Ich probier das mal. So, vielleicht. Oder hier so mal. So, hier so eine Ecke. Eine Ecke Wasser. Ja, ne? Hier so. So mal Wasser machen. Mal gucken. Ich mein einmal dabei. Ich hab mein einmal nicht dabei. Aber jetzt muss ich wieder hinrennen, da. Ah, da ist er mein einmalchen. Und jetzt hab ich ihn. Da ist er. Wunderbar. So, Eimerchen, Eimerchen, Eimerchen. Und mit dem Eimerchen jetzt Wasser holen. So, Wasser geholt. Tür zu. Hä? Hä? Oh, ich hab schon wieder Hunger. Das tut's gar nicht. Hab ich da gerade was knurren hören? Hä? Kann ich jetzt mit dem Knochenmehl hier? Nee, kann ich trotzdem nicht. Mögen die mich nicht? Gibt's ja gar nicht. Egal. Haben's Pech gehabt. Aber dann kann ich mal die hier zum Wachsen bringen. Oh, nee. So weit muss ich. Ich muss ja Wasser holen. Ha! Ahem. So. Über dieses Scheiß hin und her gerannt. Es wird schon wieder dunkel. Nein, nicht dahin. Dahin, so. Ich hab das Gefühl, die Zeit vergeht viel zu schnell auf dem Server. Aber ich hoffe, niemand von euch Zuschauern findet unsere IP raus. Wir haben nämlich kein Passwort drin. Ha! Jetzt hab ich was verraten, war. Kein Passwort. Das geht hier überhaupt gar nicht. So. Ich hab mich ein bisschen kiesel. Jetzt machen wir den Wiki noch zu Ende. So, 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 so. Wunderbar. Jetzt sieht das zumindest ein bisschen ganz aus. Jetzt bauen wir hier noch ein bisschen. Na. Was lang? Hat das noch was aussieht? Und ich denke mal hier parallel gegenüber dann auch gleich der Eingang vom... vom Schweinedings. Wie heißt das noch gleich? Vom Schweinegehege, sag ich mal. Vom Schweinekäfig. Äh, Kuhkäfig. Mein Gott. Verwirrt mich nicht so. Dann kann ich hier auch gleich den Zaun ranbauen. Gefähr auf die gleiche Höhe. So, perfekt. Eins, zwei, drei, vier. Und das. Wunderbar. Ist ja nicht mehr viel. Ich kann hier auch am besten auch noch gleich wieder... Ähm, wie hab ich das denn da gemacht? Hab ich da noch eine Reihe freigelassen? Ja, hab ich. Also nicht, äh, hier hin, sondern hier. Hier, hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben. Alles klar. So, Dreck. Und jetzt eins, zwei. Nein, nicht da hin. Oh, komm schon. So, 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 so. Alles gut. So, hab ich das hier schon mal ringsherum fertig gebaut? Ähm, ähm, so. Ist ein bisschen kurz, ne? Oh, egal. Die verdursten schon nicht. So. Eins, zwanzig hab ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig. Ähm, oh, ich hab ja noch viel mehr Dreck. Das ist schön. Was habt ihr eigentlich für Filme, die euch gefallen, die ihr gut findet, die ihr gerne und immer wieder guckt? Also, ich hab zwei Lieblinge, obwohl ich, wie gesagt, nicht der Filmgucker bin, aber ich hab zwei Filme, die ich jeden Tag zehnmal gucken könnte. Einmal ist das Final Fantasy Event Children. Absolut cooler Film, da ich ein absoluter Final Fantasy VII Fan bin. Und einmal Fear Lating in Las Vegas. Der wohl mit Abstand geilste Drogenfilm, den ich kenne... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, geh weg. Oh, ha, 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 ha. Der absolut geilste Drogenfilm, den ich kenne. Und wo sich auch nichts explodieren lässt. Oh, Gott sei Dank. So, nochmal, geh weg. Ah, ha, 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 ha. Und, und, oh, schweigen gehabt. Und jetzt, und tot. Wunderbar. Aber, man legt sich halt nicht mit mir an. Aber ich hoffe, die lassen mich jetzt erstmal in Ruhe. Damit ich hier zumindest noch in Ruhe meinen kleinen Stall fertig bauen kann. Tö, tö, töm, tö, töm. So. Seems like gut aus. Sieht auf jeden Fall nicht viel Licht aus. Dummdi-dum-di-dum. So. Es ist, es ist doch nicht wahr heute. Ich brauche jetzt noch ein bisschen was an Zaun und einmal an Geld. Aber vorher gehe ich wieder schön schlafen. Das macht langsam keinen Spaß mehr. So. Gute Nacht. Bis gleich. So. Und ich habe schon wieder Hunger. Das gibt es gar nicht. Ich weiß nicht, warum ich so viel am Essen bin. Oh, warte mal. Dich mache ich kaputt. Da gehe ich wieder Knochen. Oh, nee, doch nicht. Jetzt haben wir zu viele. Dummdi-dum-di-dum. Schade. Hallo, Spinnis. Spinnis, 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 Spinnis. Ich finde, draußen sollte auch ein Crafting-Table stehen. Da muss ich nicht immer mit dem Weizen reinrennen. Ich glaube, ich baue da ein Crafting-Table hin. Wow. So. 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 Toch. So. 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 Vielen Dank.